Der dritte Tag Es war einmal die Liebe, die ließ sich nicht abschütteln. Sie ging lang stiften, war irgendwo anders, aber jetzt ist sie plötzlich wieder da und ich halte sie groß in Ehren. Vielleicht ist sie ja deshalb so lang weg gewesen, weil ich sie nicht gebürtig schätzte. Dem Kick, dem Vergnügen und der Unterhaltung mein Herz übergab. Die Liebe, sie hat was mit Ruhe und innerem Fried und mit der Absenz von negativen Stress und Furcht zu tun. Ich denke, sie wird auf Dauer bei mir bleiben, weil verjagen kann sie mir ab jetzt niemand mehr. Und ich habe sie an der Hand und lasse sie ohne mich sowieso nicht mehr verreisen.